cute baby miley der kanal für kinder hallo heute sind wir wieder dran und ich wir zwei haben uns heute den little my little pony von hasbro ausgesucht die machen wir zwei jetzt auf und zeigen es euch mal so mir ich mag schluss zeigen die kamera zeigt mal die verpackung so sieht es von hinten aus zeigen sie was alles drin ist ich würde sagen ich mache es zuerst auf und dann zeige ich euch was alles so machen wir ja mit seinem anhänger sieht man doch wo ist der dritte den du möchtest Fertig ist unser Little Pony ausgepackt. Wir haben die Flügel da hinten reingesteckt. Unser kleiner Little Pony hat einen Namen, er heißt Honey Rays. Er hat einen Freundschafts-Anhänger dabei, die kann man an die Flügel hinhängen. So. Da kann man sogar mehrere hinhängen. Und zwar kann man diese Anhänger-Charms mit Freunden und so weiter tauschen. Mal kriegt sie unsere zum Beispiel und wir kriegen andere von ihr. Genau. Genau. Und ich finde, es ist recht süß gemacht, gerade die Flügel und so weiter. Und die Haare sind auch bunt, die finde ich auch schön. Genau, die Haare sind auch schön. Ich finde die Charms halt sehr hübsch. Man kann sogar mehrere dran machen. Es müssen ja nicht drei sein. Wenn man mehrere hat, kann man auch mehrere dran machen. Und ein recht süßer Pony. Okay. Okay. Milet, willst du was sagen? Ja, es hat mir einen schönen Fallen, dass sie schön aussieht. Der Flügel kann auch schon hinhängen. Auch mit den Anhängern sind die süß. Ja. Und weitere beteiligten Sachen mit den Glitzer. Okay. Und schöne Glitzer hat es drauf, gell? Okay, das war's wieder mal von mir und Milet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.